hinak spricht guten abend morgen reisen wir hier in österreich vorarlberg dornbirn wieder ab und ich habe euch noch gar nicht mitgeteilt dass wir hier sind und deswegen ein kurzes video zum abschluss bevor wir morgen abreisen campingplatz enz dornbirn sehr schön gelegen leider ein dover pächter aber die anlage ist toll hier ist unsere wagenburg und abreisen morgen richtung salzburg dann tschechien polen baltikum tschüss hinak